Musik 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 Machst du komm mal mit da? Warten Und du musst dich hier so runterschießen Oh Gott Ui loi Nee das mach ich nicht Wenn ich gleich aufholt zurück Was hat denn der gerade für ne Hast du das nicht? Oh Gott Hier ist irgendwo so ein Elektrozeug Was die ganze Zeit Yo wer ist denn das da? Komm her Willst du doch mit der Goldgun auf mich schießen Schmeiß die Waffe weg Oh Gott ich hab die nicht abonniert Muss ich gleich mal abonnieren Ja pass auf dass du nicht in die Tonne hast Ja Max ist auch hier Willst du wirklich sterben Mokka? Nimm die Gun Hier ist die 4 Weg 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 Da hinten kommt einer ne Oh Gott Schieß auf ihn das ist Shadows Bleib stehen Shadows Ich bin weit genug weg Ich versteh die Map nicht Shadows bleib stehen sonst muss er angeschossen werden Schieß jetzt 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 Okay du bist clear Da ist einer gestorben Nein ich muss was machen Hoffentlich bin ich weit genug weg von dem C4 Nein 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 Kevin ist es Kevin ist es Mich bitte eben kurz nicht anschießen Ich bin auf dem Desktop So ich muss nehmen Ähm Nur was ist grad explodiert C4 hab ich doch vorhin schon gesagt Abonniert Hey Fabi warum wir nicht jetzt auch was machen So ok jetzt bin ich wieder da Ey Was ist grad angegangen? Bobby Bobby Er ist nach oben Bobby Shadows Shadows schieß doch nicht Nein Shadows ist clear Shadows ist gerade angeballert Sorry das wäre ne Falle hier Yo wir kommen hin Ah doch wir kommen hin Warum schießt die hallo Bobby bist du auch gekommen Ey überall hier über die Treppe Komm mal hier in Shadows Ja ich ne Treppe auf meiner Seite Ey wo seid ihr Was ist das cool oder Ey die Map ist voll cool Tester oder Ja das ist ein Tester Brrrrm Ja Map bei Doktor Barber Ey wer ist da unten Alter der hat ja mit Oh mein Gott Bester Mann Ah Alter Alter Schau dir mal dieses Bild an Der ist ja wirklich gar nicht kümmerrückt der Typ Map bei Doktor Barber Du weißt du weißt wer das Was hat drauf Nein Wer Das Was Hey wo seid ihr Alter Ich nicht Also das sind die Photoshop Skills Von dem Typ Hier ist Perry Oh Hi Kevin Jetzt verstehe ich das Hey hier ist so ein Was Hey hier ist so ein eigenartiger Fahrstuhl Und der bewegt sich Neh bei alle die leben Loll Loll Komm mal hier Das ist klar Dann kommt man runter Aber hoch kommen wir wie nicht mehr Ich weiß wo man hoch kommt Komm mal mit Komm mit Shadows Wir gehen jetzt noch um Die Leute die oben sind Hä wieso bewegt sich hier die ganze Zeit Socken Wo seid ihr überhaupt Komm mit Komm mit Ich weiß wo die sind Hier kommt zu mir Komm zu mir Vielleicht über den Fahrstuhl oder Shotgun Ja da waren Schöne Ich bin Ich bin Komm mit Komm mit Ich bin Warte ich bin Traitor Ich bin Ein Detektiv Und ich sage Alle die jetzt noch leben Sind Oh Gott Jetzt haben wir ein kleines Problem Der fach Willst du dir sagen Dass die hier alle Traitor sind oder was Ja was hast du gemacht Der ist gestorben Lol Ja was hast du gemacht Mucker Okay, ich nehme den anderen Weg Wer lebt denn von euch? Perry und Kevin? Ja, ich weiß nicht Maze ist auf einmal ruhig, Fabi war auch auf einmal ruhig Also seid ihr die beiden Traitor? Hä, warum wir? Ja, weil ihr alle anderen getötet habt Wahrscheinlich sind die nur ruhig Klar Vielleicht sind die nur ruhig und schollen uns oder so Ich weiß auf jeden Fall, dass ich Detective bin Und ihr die Traitor seid Ja, weil ihr willst wissen, dass ihr Traitor seid Ja, weil es einfach so ist Beweis mir das Gegenteil Ja, beweis mir das mal, dass ihr Traitor seid Töte Perry, töte Perry Wieso? Ja, weil er Traitor ist Ich hab euch durchschaut Ich hab euch an den Eiern Oh nooo Wie ist Mats und Fabi einfach mit der Traitor? Muck, hattest du da auch untergefallen? Nee, nee, ich bin durch was anderes gestorben Kevin, ich bin irgendwie in so ein Wasser reingefallen Dann Ey, ja, ich hab den Fahrstuhl, wo du runtergegangen bist Da war so eine Hand So eine Traitor-Hand Hans Der Shadows ist einfach in den Tod gestorben Und so jemand hat mich direkt getötet Für den hattest du noch am Ende Ja, Mats, das habe ich selber bei dir gemacht Wie bei Fabi Wo du den Fahrstuhl runtergefallen bist Ich bin irgendwie Der ist eigentlich an meinem C4 gestorben Ja, keiner Aber ich Aber ich hab da Fabi, komm mal mit Komm mal mit, Mortal Komm mal mit, Mortal Komm mal mit hier Ich musste mich die ganze Zeit zusammenreißen Nichts Wo kommt der hinten runter? Wo kommt der hinten runter? Wo kommt der hinten runter? Oh Gott Komm, komm, wir gehen alle auf das Glas Wir gehen alle auf das Glas Nein! Idiot Idiot Ich hab noch zwei Leben Perry Zwei Leben Nein! Alter Er schiebt Keine Ahnung Ich bin's nicht Ich hab nur auf das Glas geschossen Hier ist Kevin Genau Okay Sie haben noch zwei Leben Ich geh mal ein bisschen weg Oh Fabi Fabi hat das Auto anders aufgelen Kevin Das ist der Tester Ähm, hier Da ist der Tester, glaub ich Ist das hier? Ey, nein Doch Kevin Oh Fabi, du musst irgendwie eine Brüche von dir Der Mucker hat auf mich geschossen Boah, ich kann mich nicht zusammenreißen Warte Äh, lol Mein Mucker hat auf mich geschossen Bist du durch das Fallen gestorben? Kannst du mich auch heilen? Kannst du mich auch heilen? Das beschütze ich dich jetzt Ey, wo seid ihr? Ich hab Mucker getötet Aber der hat auf mich geschossen, Mathe Ist der noch oben? Dann geht's nicht mehr Gut, confirm Mathe, lass uns ein bisschen ruhig Äh, ja, ihr tötet euch ja schon Selbstständig Da muss ich nicht mehr viel machen Ey, was liegt denn da? Ey, da liegen Man-Head Spawner Man-Head Spawner Was ist denn das hier? Ey, wo seid ihr? Fuck, Shadow Schieß Oh, wer war das? Ohne Scheiß, was ist mit dem Hinten? Wer hat das Ding gedreht? Kannst du den mal identifizieren? Ist normal Harry ist Nie mehr seit einer Shotgun da runter schießen, ey Du fällst alle Stockwerke runter Ja, ja Ich bin einfach von ganz oben nach ganz unten gefallen Ich hab's gesehen Wer lebt noch? Schau mal auf Max hat auf dein Kopf Dann ist es Kevin Ich hab 5 Schuss reingeschossen, oder? Nix passiert Ich Er hat doch den Trailer gekillt Ich wurde gekillt Der schwimmt bei mir auch Also, Perry stand aber Ja, nee, dann ist es Kevin Dann ist es Kevin Da oben ist Kevin Da oben ist Kevin Ne, das ist Fabi Wo ist Kevin? Boi, der Kevin ist sooo schlecht, ne? Haha, Perry Der ist der billigste Trailer ever, ey Ich glaub, der versteht das ganze Spiel nicht Was ist? Hä? Oh, guck mal Oh, jetzt hat der, jetzt hat der gekauft Wie benutze ich das? Mal gucken, der läuft da noch durch, oder so? Jetzt läuft er selbst dran Warum ich denn hier noch mal lebend runter? Ich überlege Was stellt sich so ein Kevin eigentlich mal vor, wenn das Spiel? Hm, ich geh jetzt mal hier runter Jetzt stell ich hier ne Pfanne Hm Ich? Ja Der drückt euch um, löffelt seine eigene Falle, pass auf Oder der Scheißer runter Oh, hier, hier, hier Das lohnt sich doch nicht, da mit Falle hinzustellen, weil die sowieso nicht hochkommt Matze ist es Dann muss es Kevin sein Und, und die da unten killen sich gegenseitig Ich bin gar nicht bei euch Ähm Guck mal jetzt, jetzt Oh, jetzt geh ich hier, ich glaube hier war ich noch nicht Mal gucken Oh, jetzt läuft der da durch, der läuft da durch, der läuft da durch, der läuft da durch, der läuft Und, das ist nix, schade Alter, das war nicht von hier Du durch, gegenseitig Oh, da siegt der Matze Oh, jetzt, jetzt kommt zum Kampf Okay Den hat er nicht gesehen Den hat er nicht gesehen Jetzt kommt die Oh, jetzt Wenn's ja hochkommt Kommt man hier endlich aus dieser Halle raus Gar nicht Du bescheuert, ey Hey, wo bist du überhaupt? Hey, ähm Hey, was ist mit diesem Kevin? Wir hätten ihm vorher erklären sollen, wie das Spiel funktioniert Ja Kann doch, glaube ich, besser gewesen Oh, der verirrt sich doch im eigenen Garten, da Oh, ich denke jetzt hat sich jeden Weg nach unten jetzt versperrt Der kommt ja gar nicht mehr runter, um die zu töten Da kann ich nicht mehr lang Such mal mal noch einen Gang What the fuck Lalalalalalalalalalala Ich weiß nicht, wie man hier runterkommt Oh, da, jetzt, jetzt, jetzt Oh, jetzt Na Ich bin's nicht Ich bin's nicht Ich bin's nicht Ich truste dir nicht Oh, pass auf Pass auf Ich hab ihn getötet, lol Lol, ich hab ihn getötet Ich hab ihn getötet, lol Jetzt sag dir mal, wie ich hier rauskomme, Mann Warte, ich komm zu dir runter Hey, den Gang kenn ich da noch gar nicht Spring! Nee, das ist mir zu weit weg vorbei Ich geh wieder oben ein bisschen lang Ich hab das Gefühl, wenn ich hier jetzt reingehen, ne, und auf den Knopf drücke oder so, dann sterbe ich wahrscheinlich selber Fett ist gleich, Mann Kann man gar nicht aktivieren, die Scheiße Boah, wie kann man so ein Fall-Deb sein, ey Vielleicht irgendwo den Leiter oder... Das ist der... Lauf-Simulator Das ist ja schlimmer als bei der Izzy Was ist los mit dem Jungen? Problem, ich kann nicht runterkommen Ich kann nicht runterkommen Gibt's so ein paar Probleme hier Ja, das Problem ist... Die ganze Zeit einfach nur im Kreis, ey Ich runterkomme, du hast zu verloren Das ist so dein Problem Oh, ist der schlecht, Mann Weil sie gewinnen, deswegen sag mir ja nicht, wie ich da hochkomme So langsam realisiert er, dass er nicht runterkommt Geht nicht kaputt Und hier hab ich so komischen Sichtfuck, Alter Irgendwas ist hier falsch Und ich will da nicht reingehen Weil ich wahrscheinlich runterkomme Was ist der schlechter Junge? Null Oh Das ist der Kevin-Simulator, nenn ich die Folge Ui Ja OOOOOO Und jetzt lauft er durch Geht nicht mehr runter Das war ein netter Versuch Ich glaub vielleicht hätte die Punkte aus, oder? Kevin-Überleben-Simulator Er hat Feuer gemacht Nein, nein, nein Ich will nur was dafür machen, dass ich zu dir runterkomme Er hat seine Intelligenz geskillt, Alter Richtig klug der Kerl Mir gefällt die Map nicht Ah, so reden Seid ihr stolz, sowas im Clan zu haben? Ja Oh, da hat er ihn gesehen Oh Vor allem rennt er selbst ins Feuer Mein Gott, warum schieß denn? Oh Gott, warte Lass mich kurz Jo, warte, lass mich kurz mal was einkaufen Hm, was geh ich mir denn? Und Fabi, lass den auch noch einkaufen Warte eben Oh, man Oh, jetzt geht's los Jetzt geht's los Musst du? Ja, komm jetzt Jetzt ist Fabi Bei Wetten, der fällt da gleich noch runter Ja, aber ich komm da nicht rein, weil Ey, slap ihn mal Slap ihn mal Du kannst die Tür von beiden Seiten machen Loll Schaden Loll Alter Fabi mal Oh Fabi ist ja noch schlechter Der Hector Der Fabi ist ja noch schlechter Was hast du gedacht? Mein Oh Gott Die Zeit hast du noch? Erstmal wegschmeißen Ich hab nur einen Nein Spring Spring Ja genau Ja Oh mein Gott Alter Ich weiß nicht, wer von euch schlechter ist Ohne Scheiß Es war nach 10 Sekunden Das verzeiht nach 10 Sekunden Wer die Runde vorbei ist Da wir warten sollen Die Map ist voll kacke Wie kommt man aus der Halle da unten wieder raus? Es gibt vier einfache Wege Wie du da hochkommst Ey, ich hab gehofft, dass du hochkommst Weißt, ich hab überall Tripweiler hingelegt Kevin, du bist so ein Voll-Dev gewesen Ey, ohne Witz Hä, wieso? Das Problem ist, wenn der Einbau mit Stringern Wir haben dann mal Schaden bekommen Das ist nicht angestehend wie der letzte Vollschracken Ist so, ne? Du machst dem Namen Kevin alle Ehre Ich hab noch nie so einen schlechten Spieler gesehen Der Kevin ist 5 Minuten lang nur im Labyrinth durch die Gegend gelaufen Hat sich verirrt Yo Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen Wenn ja, dann lasst euch bitte einen Daumen nach oben da Oder kommentiert das Video Hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ-Video Und unten den letzten TTT-Part Haut raus! Auf Wiedersehen!